Yes, hello everyone! This is danger! So... Ich bin jetzt hier den Berg mal ein bisschen hochge... äh... ...climbed, um mal zu gucken, was hier oben so schönes gibt. Außerdem habe ich einen Drachen hier hochfliegen sehen und dachte, ich finde den noch hier oben. Und... Ja... Bin so mit ein bisschen rumgespringen bis hierhin gekommen. Es würde noch bis da hochgehen, aber... ...der Weg ist, glaube ich, unmöglich zu erklimmen. Irgendwo war ich hier schon am Rand der Welt. Da stand dann, du kannst nicht mehr weiter in diese Richtung gehen. Da oben war das, glaube ich. Aber ich habe hier ganz oben so eine... ...komische Burg entdeckt oder... ...irgend so eine coole Location. Und da würde ich jetzt mal reingehen. Hier lag schon... äh... ...war schon ein Eistroll. Und... ...schauen wir mal, was es hier drin gibt. ...bestimmt was cooles. Hm... ...passt nichts. Ah... ...machen wir mal ein bisschen Licht an. ...da... ...dara... ...da... ...dara... ...okay... ...ha... ...ha... ...niemand da... Oh, was ist das? Okay, es ist nur ein Raum. Sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr. Okay, ich gehe mal hin. Zwei Tote. Okay, das sieht mir irgendwie verdächtig aus. Okay. Seltsame Kugel. Soll ich sie berühren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Licht. Das sieht mir ganz nach Falle aus. Was ist das? Ja! Juhuhu! Juhuhu! Ja, noch tiefer. Das wäre es jetzt, wenn hier kein Wasser gewesen wäre. Oh mein Gott. Was ist das für eine Geheimhöhle? Das sieht mir aus, als gäbe es nur den Gang nach. Ah, der war gerade eben, der ist wohl mit runtergefallen. Okay, schauen wir das uns mal an. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht mir nach Fallmehr aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Kugel. Ein kleines Stein. Ich dachte, da kommt eine riesengroße Kugel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bastard. Kommt der denn hier? Kommt der dicke. oh mein Gott Oh mein Gott. Ah. Fahrecker. Assi. Mach's gut. Ja, ja, ein Blitzmaster, Schamanen, Knoll, Bastard. Ja, verpiss dich. Oh mein Gott. Schatten, Schleißer. Tschüss. Bam. Du auch. Tschüss. Ooh. Ooh. Okay, was haben wir hier? Oh, ein paar mehr. Was ist das für eine große Höhle hier? Oh, fair! Oh! Ihzstaub der Eissturm. Als ich auch nur geblieft. Okay... Oh! So. Okay. Und jetzt bin ich wo? Hier. So. Okay. Ach, hier kommt man auch dahin. Die Steinmachröde. Okay, hier kommt man nicht wirklich hoch, normalerweise. Aha. Ach, hier war ich doch schon mal. Okay, dann haben wir diesen mysteriösen Ort gemeinsam ergründet. Jetzt wissen wir auch, was da ist. Vielleicht finde ich noch ein paar coole Orte, die man normalerweise vielleicht nicht gleich sieht. Und bis demnächst. Macht es gut, haut da rein. So, nochmal ich kurz. Ich wollte euch ja noch zeigen, wo ich diese komische, seltsame ähm, dieses seltsame Haus gefunden habe, wo ich vorhin drin war. Und zwar bin ich jetzt gerade Akademie von Winterfeste. hier seht ihr das schön. Hier runter. Ähm, hier ist Windhelm. Da ist Beißblau. Und dann war das Ganze ich, äh, die Erdriftern und ich war vorhin hier oben. Ja. Stand nämlich bei Windhelm, hab hier den Drachen rumfliegen sehen. Der ist dann irgendwie rüber in die Berge und dann wollte ich mal gucken, ob ich den hier oben sehe. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwo hier so, bin ich hier den Berghof, Berghof und dann habe ich das Ding entdeckt hier. Oben. Ja. Das war's schon. Vielleicht bis zur nächsten coolen Location. Macht es gut, rein hier hauen. Das war's schon. Das war's schon. Vielen Dank.